Guck mal, hier steht schon einer. Tot. Da stand schon einer, sagst du? Ja. Oh, den hat's direkt gelegt, ne? Der wurde gescheppert. Der wurde ein bisschen hingelegt. Genau, schönen guten Tag, LAPD. Hände über das Knallspass. Das war ein Zivillian. Ich hab auch ein Zivillis gemacht. Das war eine schwarze Frau, die wir angebracht haben. Bitte keinen Skandal. Nimm mal deine dreckigen Flossen hoch, Mann. Nimm deine verfickten Fickhände hoch, Mann. Er kriegt trotzdem noch ein Fett bei den Hinterkopf. Kann ich den festhalten? Naja, muss hinter den. Ich hab dich erschossen. Ich hab dich erschossen. Ich hab dich erschossen. Alles klar, Bruder. Ja. 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 Ja, meine Freundin. Du bist lange hinter Gitternschmack. Ich sitze. Ja, ich sitze. Er hat Bitch gesagt, oder? Was? Was hat er so gesagt? Was hat er denn gesagt? Was hat er denn? Nein. 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 Wer ist jetzt die Bitch? Wer hätte da hingepisst. Junge, okay, man kann schon missen, aber so. Holy shit. Hätt' einfach nicht mal probiert, die Toilette zu treffen. Junge, er hat extra gemacht. Das war locker der Big Player. Ich werde deine Mutter ficken, Yadim. Bischofster. Hallo, ich würde gerne das Mikrofon sprechen.